ARD Text im Auftrag von Funk 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 Jaja, wenn du sowas nicht weißt, ne? Goll! Und dann noch so ein kurzes Ding, wo du keine Chance hast, mir aufzuholen, ne? Ja, er hat probiert mich noch einen zu sehen, wie die gefahren sind. Ich hab einfach nicht einfach schräg den Berg hoch. Ja. Also mach. So ist er. Ja. Ja. Kann ich nicht. Ja. Ja. Wow. Loll. Jetzt hier los. Loll, kann direkt erstmal zurücksetzen. Ja. Loll. Doch, doch. Ja, bestimmt mal einfach. Jetzt frage ich mich gerade auch. Mit nem Hammer? Loll. Ne, der Hammer ist letzter, lol. Wundert mich jetzt aber. Ja, sehr. Ja, sehr. Ja, sehr. Da bin ich schon mal gefahren, die Strecke. Die ist total behindert. Hier gerade durch den Felsen durch, ne? Das meinte ich gerade mit diesen engen Kack da. Döns. Oh. Ich komme immer. Äh. Ich bin doch angekommen. Aber das ist ne Strecke, die kannst du so in ne Tonne kloppen. Welche ist denn? Ja? Ja? Wir müssen sie fahren. Papa. Ach, fuck. Okay. Ach. Banger blieben. Oh, 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 oh. Ach, die Strecke ist das. Ja, ich erinnere mich. Das ist doch. Ach, jetzt. Nee, komm. Komm, nochmal rausfliegen. Körbs mitnehmen ist echt übel. Hey, voll in die Eisen. Und ich rutsche trotzdem noch hier drüber. Ja, 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 ja. Da muss ich ein paar bremsen schon. Auf jeden Fall gibt es Schlimmere. Aber wir sind schon in der letzten Runde, ne? Kommt nicht mehr die schöne Kurve. Da rausgeschossen. Puh, 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 puh. Letzt du dich abschbelt. Das war's für heute. Ach, das ist... Ich nehme schon wieder alle die Bande mit hier. Ja, aber ohne Ende, ey. Haha, die haben sich gedreht. Ja, warum der sich nicht gedreht hatte jetzt, ne? Verstehe ich nicht. Ich zieh ihn an. Oh. Zurücksetzen? Ja, du sitzt immer zurück. Gerade ausgefahren. War voll in den Eisen gegangen, aber... Weil der Wachen wollte einfach nicht mehr anhalten. Doi. Muss er seinen Heck wieder anschalten. Ist er rausgegangen? Loll, wo kommt der denn her? Ach, die haben voll die Abkürzung hier genommen oder was? Hä? Der kam einfach gerade rausgeschossen. Ich bin jetzt falsch gefahren. Hm? Ich bin falsch gefahren. Meinst du? Aber wie kann man so falsch fahren? Hm. Loll. Ich hab's ja ermöglicht, ja. Ich hab's ja ermöglicht. Ich hab's ja ermöglicht. Ich hab's ja erinnert. Ich hab's ja erinnert. Ich bin gar nicht mehr auf der Reihe heute, glaub ich. Ich hab's ja erinnert. Ich hab's ja erinnert. Ich hab's ja erinnert.